Moin und herzlich willkommen zum Bildbesprechung Samstag. Noch zwei Wochen bis zur 500. Folge. Schreibt ihr den Termin schon mal in den Kalender. Das wird nicht am Samstag sein, sondern am Sonntag. Also am Sonntag, den 7.4. Der Livestream ist auch schon eingelegt und ich verlinke ihn dir nochmal hier unten in der Videobeschreibung. Da wird es hier eine Live-Bildbesprechung geben. Mit diversen meiner Fotokumpels werden wir Bilder besprechen. Und zwar Bilder, die an dem Termin live eingesendet werden können. Wie das Ganze geht, erfährst du nach dem Intro und dann natürlich auch in der Live-Sendung. Ja, wer hätte das gedacht? 500 Folgen Bildbesprechung. Jetzt noch zwei Wochen schlafen, könnte man sagen. Und dann ist es soweit. Und ich freue mich sehr, wenn ihr live dabei seid. Das wird an einem Sonntagabend sein, am 7.4. Und wir werden da jede Menge Spaß haben. Ich habe mir ein paar Gäste eingeladen, die mit euch zusammen die Bilder anschauen werden. Und ich werde es mit den Gästen besprechen. Die Bilder werden während der Sendung eingesandt werden können. Dazu richte ich euch eine Leitung ein, wo ihr sie spontan hinschicken könnt. Da werden wir nicht alles besprechen können, weil bestimmt viele von euch zugucken. Aber das Format hat einfach Tradition und ich freue mich wahnsinnig da drauf. Wenn du sagst, Mensch Frank, ich möchte dich nicht nur aus YouTube kennen, sondern dich auch mal so treffen. Dann gibt es natürlich diverse Möglichkeiten. Unter anderem haben wir direkt vor diesem Bildbesprechungsjubiläum an dem Wochenende ein Duisburg-Wochenende. Workshop-Wochenende in Duisburg. Das startet am Freitagabend mit einem Nachtfotokurs. Geht dann am Samstag tagsüber weiter mit einem Portrait-Fotokurs im Lapadu. Und abends machen wir die Light-Painting-Session mit Martin Tarkens. Gemeinsam im Lapadu Light-Painting. Wenn du da Interesse hast, schau doch bei uns auf der Webseite. Du kannst die Module einzeln buchen oder auch alles zusammen, wie du magst und wie es dir beliebt. Aber ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir uns in Duisburg sehen würden. Wir starten heute hier mit einem Foto vom Enguri-Staudamm. Und das ist ein gestitchtes Panorama von Jörg Schäfer. Und dazu muss ich natürlich ein kleines bisschen was sagen. Also erstens, ich kenne das Motiv sehr, sehr gut. Ich habe da selber häufig fotografiert bei unseren Georgien-Fotoreisen. Als erstes vielleicht mal, hast du Bock auf Georgien mit mir persönlich diesen Sommer? Dann schau auf der Webseite. Wir fahren wieder nach Tiflis, nach Tuscheti. Einfach eine unfassbar gute Reise. Also manche sagen mir, es ist ihnen ein bisschen zu viel wandern. Ja, klar, du musst mal vielleicht zwei, drei Kilometer irgendwo gehen. Aber es ist keine Wanderreise. Und wir haben auch immer Fahrzeuge dabei. Oder du kannst halt dann in der Zeit, in der wir diese eine längere Tour machen über einen Bergkamm, die absolut sehenswert ist. Auch besonders, weil da Adler fliegen und so weiter. In der Zeit kannst du natürlich auch was anderes machen. Also insofern, keine Sorge. Es ist keine wirkliche Wanderreise. Und die Natur ist einfach phänomenal. Auch nochmal viel phänomenaler als hier. Jetzt wollen wir mal ganz kurz zum Enguri-Staudarm noch was sagen. Ja, das ist der Stau, der größte Staudarm im Kaukasus. Dort wird das Wasser aufgestaut. Und zwar ist es der Fluss, der in Uschgudi entspringt, am Gletscher Schrarer, der dann dort aufgestaut ist. Und der Staudamm ist gebaut, um die Versorgungssicherheit der Kaukasusrepublik Georgien sicherzustellen. Aber man muss vielleicht auch ganz kurz dazu sagen, der Staudamm ist nicht komplett unter georgischer Verwaltung. Denn der hintere Teil des Staudamms, den du hier siehst, also hier vorne steht der Kran, der für die Versorgung des Staudamms ist und für Bauarbeiten und so weiter. Und wenn du dann weiter hinter guckst, die hinteren Turbinen, die zu den Hügeln sind auf der hinteren Seite, die gehören zu Abkhazien. Das ist ja total absurd. Abkhazien, die Blaupause der völkerrechtlich widrigen Annexion der Krim, 1994, mit Hilfe von Russland abgespalten von Georgien, völkerrechtlich nach wie vor Georgien. Ich glaube, Weißrussland, Russland und vielleicht noch irgendein, ich sage es mal ganz offen, Schurkenstaat, hat Abkhazien als Republik anerkannt, als Land. Aber in Wahrheit ist es halt georgisches Territorium, aber unabhängig. Und trotzdem teilt man die Energieversorgung dieses Staudamms, das ist für mich immer wieder erstaunlich gewesen und auch überhaupt nicht nachvollziehbar. So, das hier ist ein Panorama, was der Jörg fotografiert hat, aus Einzelbildern, nämlich dem Bildtitel. Ich glaube, dass es gestitcht ist. Und das kann man fast als Einzelfoto machen, mit 12 mm Kleinbild, nicht ganz, sage ich mal. Wir sehen nicht ganz 180 Grad, sondern wahrscheinlich so 150 ungefähr. Hier unten ist das ganze Treibholz. Das, was du hier siehst, diese graubraune Fläche im Vordergrund auf dem See, das sind Baumstämme, damit du mal so ein Gefühl dafür bekommst, worüber wir hier reden. Der Stausee ist unendlich lang. Und du siehst ja auch den Pegelstand, das ist hier irgendwann fotografiert, als der Pegel schon relativ niedrig war, also relativ weit weg von der Schneeschmelze wahrscheinlich. Dennoch ein beeindruckendes Bauwerk auf die Staumauer selber kann man nicht. Aber natürlich toll, da oben auf der Aussichtsplattform zu stehen und sich das anzugucken und auch zu fotografieren. Und ich finde, Jörg, du hast da auch ein gutes Foto von gemacht. Von Wolfgang Pastorek haben wir eine Einsendung eines Bienenfressers. Und ja, der Bienenfresser in diesem Fall hat eine Libelle zum Fressen gefangen. Das ist im Prinzip ein gutes Foto. Aber jedem ist das klar, der Zweig, der vor dem Vogel ist, ist natürlich eine Riesenkatastrophe. Also jetzt können wir alle sagen, ja, der ist im natürlichen Habitat, das sieht doch mal so aus und so weiter und so weiter. Das kann ich mir natürlich alle schönreden. Und wenn ich selber schon mal einen Bienenfresser fotografiert hätte, dann würde ich mich da auch freuen und wäre auch stolz darauf, überhaupt ein Foto davon zu haben. Aber hier sind halt viele Dinge, die nicht ideal sind. Und mir ist schon klar, dass du natürlich jetzt nicht einfach mal nach links gehen konntest, um den Winkel zu verändern. Dann ist der Vogel sehr wahrscheinlich weg. Und wahrscheinlich bist du froh gewesen, überhaupt ein Foto davon zu haben. Und nochmal, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Und freue mich auch für dich, dass du ein Foto davon machen konntest. Nichtsdestotrotz, der Zweig ist wirklich gar nicht schön. Das ist leider so. Und ja, Schärfe ansonsten gut. Auch, dass die die Bälle in den dickeren Ast reinragt da oben, ist auch nicht so richtig gut. Schade, schade, schade. Detlef Brot, der hat am Strand fotografiert und das Foto dann an bildbesprechung.fffotoschule.de geschickt. Das ist ein sehr schönes Foto, eine sehr schöne Abendsstimmung. Ja, gefällt mir ausgesprochen gut. Der Horizont ist, wie so oft, sage ich jetzt mal, in diesem Fall 0,5 Grad schief. Ich kann das hier nicht ausmessen. Aber ich sehe, dass es 0,5 Grad sind ungefähr. Also unter 1 Grad auf alle Fälle. Aber ist halt schief. Das ist halt leider so. Drückt einfach beim Horizont ausrichten auf Automatik in Leit rum, dann ist er gerade. Aber nichtsdestotrotz, Foto hat eine tolle Lichtstimmung, einen guten Bildschnitt. Es ist cool mit dem Motorradfahrer und dem Rollerfahrer gleichzeitig. Und derjenige, ich glaube es ist eine Frau, die da auf der Bank sitzt und aufs Meer guckt. Hier vorne ist dieses Wachtürmchen von der Wasserwacht am Meer. Ja, tolle Farben, gute Bildaufteilung. Wirklich sehr, sehr schönes Foto. Von Michael Schröder kommt ein Porträt, das er am Rhein fotografiert hat, wie ich den Bildtitel entnehme. Das ist ein sehr schön natürliches Porträt. Das Bild lebt von dieser unbeschwerten Natürlichkeit deines Modells, was du da fotografiert hast. Also der weiblichen Person, die da fotografiert hast, die so ein bisschen mit dem Wasser spielt. Der Hintergrund ist mir persönlich zu unruhig. Das Bokeh ist nicht schön. Besonders da, wo das Licht auf die Sträucher fällt, ist es gar nicht schön. Der ausgebrannte Himmel, den fände ich gar nicht so schlimm, wenn nicht, ich sag mal so, oben an den Haaren das so ein bisschen an deine übergehen würde. Auch da ist der Haarensatz schon fast so ein bisschen ausgebrannt. Es kommt mir zumindest so vor. Du hast eine ganz sonst gute Belichtungszeit. Es ist schön eingefroren. Es kommt mir so vor, als sei die ihre rechte Hand, die von uns aus der Linke, so ein ganz kleines bisschen unscharf, ist aber unwahrscheinlich. Na gut, die Wassertropfen sind auch ganz weit unscharf, ist eine 640stel, aber das ist soweit alles gut. Es strahlt halt auch viel Freude aus, das gefällt mir, aber das Bokeh finde ich nicht so schön. Den ausgebrannten Himmel finde ich so schön, besonders da, wo er in den Haarensatz rüber geht. Und die Haarsträhne, die direkt in den Mund reinführt, gefällt mir persönlich auch nicht so gut, aber es ist ein schönes, natürliches Porträt. Save the Date. Am 6. April ist der Tag, an dem hier die 500. Bildbesprechung stattfinden würde. Wir haben uns aber entschieden, den Livestream, der dazu gehört, zur 500. Sendung, auf den 7. April, also auf den Sonntagabend um 19.30 Uhr zu legen. Das hat den großen Vorteil, dass du dir das sehr schön einteilen kannst und den Samstag Nachmittag zur freien Verfügung hast. Und ich gehe davon aus, dass dadurch auch viel mehr von euch zugucken können. Es wird mit Fotofreunden von mir, mit Bekannten, mit Menschen, die du auch hier aus der Bildbesprechung kennst, gemeinsame Bildbesprechung geben. Wir werden ein bisschen über die 500. Sendung sprechen. Und es gibt auch was für dich zu gewinnen. Es lohnt sich also, auf alle Fälle einzuschalten. Save the Date. 7. April, 19.30 Uhr auf dem Kanal der FF-Fotoschule, hier bei YouTube. Von Mario Prinzhausen haben wir vom Frillensee eine Einsendung eines Fotos. Und ich habe keine Ahnung, wo der Frillensee ist, aber ihr könnt mich aufklären in den Kommentaren, wenn ihr das Bedürfnis dazu habt. Mario, Foto ist okay, ist aber kein richtig gutes Foto, muss man ganz offen sagen. Vordergrund hast du zwar gefunden, aber der Vordergrund ist halt sehr zugewachsen und gestrüppig. Und besonders das, was da von links ins Bild reinragt, sowohl oben der Strauch als auch der ohne Blätter unten direkt vor die Wasseroberfläche und damit auch die Spiegelung blockiert. Das ist halt gar nicht so schön. Dann haben wir auf der rechten Seite noch so einen hellen Strauch und auch den dunklen. Ach, insgesamt sehr unruhig im Vordergrund. In dem Fall wäre es wahrscheinlich besser gewesen, zwei Schritte nach vorne zu gehen vor dieses ganze Zeug. Und nur den Felsen, der hier im Vordergrund ist, den für den Vordergrund zu benutzen, wenn der dann kaum noch draufgepasst hätte, aufgrund des Bildwinkels, ein bisschen runtergehen oder ein bisschen nach unten schwenken. Da hätte man sicher irgendwas Schönes draus machen können. So ist mir zu unaufgeräumt. Marcel Köhler hat ein Foto in Lübeck fotografiert und das hier an die Bildbesprechung geschickt. Das ist ein sehr schönes Herbstfoto. Das ist natürlich sehr stark bearbeitet und hat diesen Look, der so ausgelutscht ist, aber macht nichts. Ich finde, du hast die stürzende Linie ein bisschen überkorrigiert. Das sieht man besonders rechts an den Fenstern und dem Fensterladen. Das kippt schon nach außen, obwohl es ja eigentlich nach hinten kippen müsste. Das ist ein bisschen schade. Schön ist diese Anmutung der runterfallenden Blätter. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die wirklich fallen. Schreib es mal gerne in die Kommentare, Marcel. Oder ob du die hinterher reingefakt hast. Das macht aber nichts. Die sehen wirklich gut aus. Das obere da macht einen Großteil des Bildes aus, zusammen mit den Harmonien in den Fenstern, der Einspiegelung der Lichter in den Fenstern. Und auch natürlich hinten des Hauses. Ein bisschen irritieren tut mich auch, dass auf der linken Seite in das erste Fenster ist so orange rein spiegelt. Und in den Fenstern da drüber ist gar kein orange. Also da ist auch irgendwas, was an der Farbdreherei liegt. Aber ich finde es trotzdem ein ganz gutes Foto. Was steht denn eigentlich da hinten in der Gasse? Ah, da steht irgendein Kollege, der auch was fotografiert. Wenn ich das richtig sehe. Genau, da steht jemand, der die Laterne fotografiert. Das ist vielleicht noch so ein ganz witziges Detail. Das wird so gut wie keiner sehen, weil niemand es so groß anguckt, das Foto wie ich hier. Trotzdem ein ganz schönes Foto. Martina Heuer hat ein Foto hier eingesandt. Und das hat einen bestimmten Bildtitel, den ich auf dem Foto auch wirklich sehe. Der Bildtitel ist nämlich Zweiradrennen. Also ja, da gibt es jemanden, der mit einem E-Bike fährt. Und da gibt es jemanden, der mit einem E-Scooter fährt. Und beide fahren hier um die Kurve. Schon mal nicht so geschickt, dass das Fahrrad die Außenbahn nimmt. Hier wisst ihr, da ist der Weg länger. So, bisschen schade ist, dass die Fahrradfahrerin direkt in den Laternenmast reinfährt. Bisschen schade ist, dass die Scooterfahrerin gleich direkt in den Mülleimer reinfährt. Da ist halt im Hintergrund sehr viel los. Und das ist wirklich nicht so ideal. Das hätte man mit einer besseren Umwandlung noch machen können. Mit einer besseren Schwarz-Weiß-Umwandlung. Du hast halt auch so gut wie keine Trennung. Ich vermute, du hast das Bild einfach nur entsättigt. Und wenn du das jetzt ein bisschen trennen würdest, also du würdest den Hintergrund heller machen und die beiden dunkel, lass mal, die sind ja dunkel angezogen, sie mit der dunklen Jacke und die Fahrradfahrerin, da ist alles dunkel, inklusive des Fahrrads, der Hose, des Mantels und so weiter. Wenn du das jetzt mal ein bisschen rausarbeitest und das einzeln in den Farbkanälen abstimmst und so weiter und so weiter, dann wird es sich mehr voneinander trennen. Und damit wird der Hintergrund auch nicht mehr ganz so störend sein. So ist es schon wirklich ziemlich störend. Und wenn es um die beiden geht, dann hättest du es meiner Meinung nach auch noch enger schneiden können. Das ist auch nicht ganz so ideal geschnitten. Es ist auch recht langbrennweitig fotografiert mit 102 mm an, wenn ich das richtig sehr klein bild. Ja, dadurch ist natürlich auch so eine Verdichtung nach hinten schon passiert, denn wahrscheinlich, wenn das jetzt so ein bisschen mit so einem 35 mm wäre, dann wäre das der Ponton oder das Schiff oder was da hinten im Hintergrund steht auch so weit weg, dass es jetzt kaum einen Einfluss mehr auf den Vordergrund hätte. Karin Strobel hat, die ist ja unterwegs, immer am Reisen. Und die hat hier ein Foto geschickt, das hat sie in Wales fotografiert. Sehr schöne Ecke, Karin, auch gut fotografiert. Hier ist auch ganz schön dran gedreht worden, glaube ich. Zum Glück nicht so am Baum, weil da hätte viel Schlimmes passieren können mit vielen Säumen und alles, was man dann so zu sehen bekommt. Aber das Haus, was hier im Wasser steht, hat natürlich so ein Licht von dir bekommen. Das ist aber in Ordnung. Das sehe wahrscheinlich auch nur ich so. Auf der linken Seite und auf der rechten Seite. Die Hänge im Mittelgrund haben auch von dir eine Lichtbehandlung bekommen. Das ist alles gut. Das finde ich jetzt alles gut. Das ist einfach eine gute Stelle. Ich überlege, ob es nicht ein bisschen noch schöner wäre, wenn es rechts noch ein bisschen geschlossener wäre, das Bild. Da, wo die Straße reinkommt und vorne der Vordergrund mit dieser Graskante, dass da das Ufer nicht irgendwie noch ein bisschen geschlossen wäre. Aber vor allem hätte ich es an der Stelle einfach auch ein bisschen heller gemacht. Du hast ja doch stark abgedunkelt, besonders aus den Ecken, besonders unten rechts aus der Ecke auch noch. Wenn du da jetzt die Graskante noch ein bisschen heller gemacht hättest, würde sie noch ein bisschen mehr Richtung Rand laufen. Das würde mir persönlich besser gefallen. Aber insgesamt ein sehr schönes Landschaftsfoto aus Wales. Bernd Ulrich hat dieses Foto einer Gottesanbeterin geschickt. Und die sitzt sehr schön vor dem Lichtreflex, der wahrscheinlich aus der Sonne resultiert. Guter Scherenschnitt, schöne Schärfe. Schärfenebene könnte noch ein bisschen paralleler sein und die Schärfentiefe ein bisschen größer. Ein bisschen mehr abblenden. Das ist jetzt mit Blende 5 fotografiert. Würde natürlich dafür sorgen, dass das Offenblendige hinten mit dem Blendenfleck nicht so bleiben würde. Oder in dem Fall würde wahrscheinlich nur ein Fokus-Stack helfen. Aber die Idee ist geil. Die Szenerie ist gut. Unten ist es mir ein ganz kleines bisschen zu spack. Max Studer, der hat einen Baum fotografiert und dann vertikal gespiegelt. Okay, also in der Mitte gespiegelt. Und ja, das ist verrückt, weil ich überhaupt, obwohl ich es lese, dass vertikal gespiegelt ist, im Moment gar nicht verstehe, wieso das so ist. Aber am Bildrand ist halt die Mitte des Baumstamms gewesen. Ja, okay. Ich kann es mir vorstellen. Ist irgendwie geil gemacht, Max. Das muss ich jetzt mal sagen. Wir haben immer wieder Spiegelfotos hier gehabt. Und auch manchmal welche, die nachträglich gespiegelt worden sind. Das ist so cool, weil es aussieht wie eine Mischung aus Strommast, Alien oder weiß der Geier was. Das ist wirklich eine richtig gute Idee. Du hast es an der richtigen Stelle gemacht, diese Verzweigung unten, die so ein bisschen so eine Hufeisenform haben, eine dunkle. Und oben das, was so ein bisschen aussieht wie so eine Krone. Ah, grandios. Tolle Schwarz-Weiß-Umwandlung. Geil mit dem dunklen Rahmen. Wirklich viel, viel richtig gemacht hier. Mein Glückwunsch für das Foto ist ein wirklich richtig gut gemachtes Ding. Allerherstlichen Dank fürs Zuschauen. Vielen lieben Dank, dass du hier heute dabei warst bei der Bildbesprechung. Danke dafür. Es ist mir wirklich eine große Freude, dass nach wie vor so viele von euch hier zuschauen. Und ich freue mich wahnsinnig auf die nächsten Sendungen. Ob wir weitere 500 auf die Uhr bekommen, wer weiß das heute so genau. Aber ich sage mal so, mit 500 ist nicht Schluss. Aber wie lange das Format läuft, das liegt auch daran, wie ihr das Format annehmt. Und wie viel Spaß ich daran weiter habe und wie ich das in meinen Arbeitsalltag integrieren kann. Aber noch ist erstmal nicht Ende auf jeden Fall. Ich wünsche dir eine ganz, ganz gute Zeit. Geh raus fotografieren. Guck gerne bei uns auf der Webseite auf fffotoschule.de ein bisschen rum, ob du irgendwas findest, was dir gefällt. Und dann immer schon da denken. Wir zwei, wir sehen uns, wenn du magst, kurzfristig hier wieder. Bis zum nächsten Mal.